Die ukrainischen Streitkräfte haben 28 von 29 Drohnen, die von den russischen Streitkräften bei einem nächtlichen Angriff in sieben Regionen eingesetzt wurden, abgeschossen, wie die ukrainische Luftwaffe heute Morgen in einer Erklärung mitteilte. Erklärungen des Gouverneurs von Kharkiv, Ole Sünje-Hubov, und des ukrainischen Innenministeriums zufolge hat der Drohnenangriff vier Privatwohnungen und 25 Lastwagen und Busse in der Region beschädigt und fünf Personen verletzt. Ein später am Morgen erfolgter Raketenangriff zielte auf Verkehrsinfrastrukturen und verletzte zwei weitere Personen in der Stadt, fügte der Gouverneur hinzu. Zwei in der Region Dnipropetrovsk abgeschossene Drohnen beschädigten Nebengebäude, ohne Opfer zu fordern, so der Gouverneur der Region. Drei Drohnen des Typs Schalt wurden über der Region Scherson abgeschossen, während 14 weitere über der Region Odessa abgeschossen wurden, berichtete die ukrainische Armee. Die restlichen Drohnen zielten auf die Regionen Mykolaiv, Cherkassi und Kirovorat. Die Informationen konnten nicht sofort überprüft werden. Russland hat seine Drohnen- und Raketenangriffe in der Ukraine in diesem Frühjahr verstärkt und erheblichen Schaden an der Energieinfrastruktur des Landes angerichtet.